Er ist schön, jeden Tag auf Hochglanz gebürstet. Er ist treu seinen handwerklichen Werten. Er ist stark nach Alther gebrachten Rezept. Er ist reich an Aromen und Geschmack. Er ist sensibel für das Wohlergehen der Kühe. Er ist respektvoll gegenüber der Natur und der Biodiversität. Er ist geduldig, während er 5 bis 24 Monate reift. Er ist ehrlich, ohne Zusätze, kontrolliert und geprüft. Und er strahlt Zuversicht aus. Seit 20 Jahren AOP geschützt. Le Gruer AOP